Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO! Ich bin Chaos Lady, heute geht es um das Psychospektakel. Das fängt am Mittwoch, den 8. September an, um 10 Uhr Ortzeit natürlich und geht bis Montag, den 13. September, 20 Uhr Ortzeit. Ich habe gerade entdeckt, auf der deutschen Ankündigungsseite steht Dezember, da haben sie sich wohl etwas verschrieben. Bei diesem Event bekommen wir ein neues Pokémon, das ist Iscala aus der 6. Generation und kann zu Calamaneiro weiterentwickelt werden, indem man das Handy umdreht und 50 Bombons investiert. Das ist nämlich auch früher in den normalen Spielen so gewesen bei Nintendo 3DS, da musste man das Gerät auch umdrehen, um das Pokémon zu entwickeln. Auch bei der Nintendo Switch ist das hier der gleiche Fall. Iscala ist von Typ Unlicht und Psycho und basiert vermutlich auf einem Tintenfisch und Calamaneiro ist auch von Typ Unlicht und Psycho und basiert vermutlich auf einem Kalmar. Natürlich habe ich sofort nachgesehen, ob das Pokémon denn für PvP geeignet ist. Und zwar ist Calamaneiro für die Hyperliga gar nicht schlecht, weil da ist es auf Platz 81, wäre jetzt aber glaube ich nicht unbedingt etwas, wo ich jetzt mein Auge drauf werfen würde. Die EV wären dann 3.15.15. Das wäre ein gutes. Dann in der Hyperliga Remix Cup ist es auf Platz 66, auch wieder mit XL Bonbons, übrigens auf Level 50, wenn man den richtigen EV hat. Wie ich schon gesagt habe, 3.15.15. Dann in der Hyperliga Primär Classic ist es auf Platz 119, also nicht so spektakulär und ich glaube der Rest ist dann auch sehr schlecht. Also sonst ist das Pokémon halt nicht in den Top 100 und deswegen würde ich es in der Hyperliga nicht einsetzen. Falls ihr trotzdem mal das Pokémon benutzen wollt, auch wenn das ja XL Bonbons kostet, dann sind die Attacken Psychoklinge, Kraftkoloss und Schmarotzer als Empfehlung bei PvPoke.com. Das Pokémon ist für Rates nicht geeignet. Es macht mit seinen Psycho-Attacken, die auch Step bekommen würden, 9,317 Schaden pro Sekunde. Das ist leider viel zu wenig, ist damit auf Platz 116, der mit den meisten Schaden macht, mit zwei gleichen Psycho-Attacken. Auf Platz 1 hätten wir normalerweise Mewtwo mit Konfusion und Psycho-Stoß mit 20 Schaden pro Sekunde. Schauen wir uns doch mal an, welche Pokémon in der Wildnis auftauchen. Da haben wir Abra, Traumato, Molimorba, Monozyto, Pygraulon und Iskala und natürlich auch weitere. Und es gibt drei, wo ich weiß, dass die geboostet sind und zum Beispiel ist das Wohingenau, Trassla und Fleckmon. Bei diesem Event gibt es auch wieder spezielle Raid-Bosse, die werde ich euch dann separat anzeigen. Außerdem gibt es natürlich auch wieder Event-Feld-Forschungen aus Pokestops und eine begrenzte Forschung. Die zeige ich euch auch gleich. Dann gibt es einmal pro Tag einen Schnappschuss als Überraschung. Da wird bestimmt Iskala rauskommen, vermute ich einfach mal. Und aus Pokestops und Geschenken gibt es wieder neue Sticker, die ich euch hier angezeigt habe. Hier die Boss-Übersicht. In den Einser-Raids haben wir Bronzel, Iskala, Sterndu, Psyau und Palimpalim. In den Dreier-Raids haben wir Wohingenau, Militalis, Alola Raichu und Metacross. Da gibt es zwei XL-Bombungs beim Fangen. Und in den Mega-Raids haben wir Megalamus und in den Fünfer-Raids natürlich Lugia. Die Event-exklusive Feld-Forschungen sehen folgendermaßen aus. Das sind jetzt halt nur die Rohdaten. Das heißt, nicht automatisch, dass ihr die Aufgabe auch wirklich finden werdet. Je nachdem, wie selten sie sind. Auf jeden Fall, Fange 10, Psycho-Pokémon. Da gibt es entweder Abra, Traumato, Trassler. Ich denke, die Aufgabe wird häufig sein. Dann entwickle einen Iskala, um Iskala zu bekommen. Finde ich irgendwie etwas merkwürdig. Ich hätte es jetzt irgendwie schöner gefunden, wenn sie gesagt hätten, und entwickle irgendein Pokémon und du bekommst einen Iskala. Das wäre okay, aber so... Puh. Schwierige Aufgabe. Gerade am Anfang. Verdiene drei Bomungs mit Spazierengehen mit eurem Kumpel. Da gibt es Fleck Neul. Mache drei gute Curveball-Würfe hintereinander für 500 Staub. Mache sieben gute Curveball-Würfe hintereinander für 1000 Staub. Und mache sieben großartige Curveball-Würfe hintereinander für 1500 Staub. Also ihr braucht auf jeden Fall eure Nanabären. Würde ich euch also dringend empfehlen, die mal ein bisschen aufzuheben. Dann schafft ihr diese Aufgaben bestimmt. Als nächstes können wir uns hier die begrenzte Forschung anschauen, die insgesamt fünf Seiten lang ist. Und auf jeder Seite gibt es was zu tun. Jetzt ist natürlich die große Frage, was interessiert euch hier? Was ich hier erwähnen soll? Oder soll ich einfach alle Aufgaben durchgehen? Ich denke mal, das wäre sonst zu langweilig, wenn ich die jetzt einfach alle durchgehen würde. Ich habe mir die Aufgaben von der begrenzten Forschung etwas genauer angeschaut. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es ist sehr bunt gemischt. Ich persönlich finde jetzt hier bei den Aufgaben folgende Sachen ganz wichtig zu wissen. Man muss zum Beispiel ein Ei ausbrüten oder ein Bonbon mit seinem Kumpel verdienen, in der Go-Kampf-Liga sogar zweimal kämpfen und einen Raid bekämpfen. Ansonsten denke ich mal, alles andere ist Standard und völlig normal und sollte klar sein, dass es solche Aufgaben gibt, wie auch an fünf Freunde Geschenke verschicken oder sonst was. Man soll auch einen Rauch benutzen, aber da man den Rauch in der Aufgabe ja auch bekommt, finde ich das jetzt nicht tragisch. Das Schöne ist, man bekommt sogar für diese Aufgabe dann sogar ein Log-Modul. Außerdem erhalten wir in diesem Event ja auch wieder einen Fortschritt für die Spezialforschung. Also es gibt zwei neue Seiten in der Spezialforschung. Missverstandener Schabernack. Und da bekommen wir die Seite 5. Da muss man Power-Ups, Psycho-Pokémon und Psycho-Pokémon entwickeln. Passt perfekt zu dem Event. Wir erhalten sowas wie Wohin-Genau, Abra und Iskala Bonbons. Und auf Seite 6 natürlich müssen wir wieder warten und bekommen dann, wenn die Wartezeit rum ist, 720 Staub und 720 Erfahrungspunkte. Falls ihr euch zufälligerweise fragt, wann geht es denn in der Forschung denn danach wieder weiter? Das ist am 21. September. Die anderen Termine sind noch nicht bekannt, aber es ist zumindest bekannt, dass es dann wieder zwei Termine in Oktober und zwei Termine im November geben wird. Vielleicht noch ein Tipp, wie man ein zusätzliches Bonbon beim Fangen von Pokémon bekommt. Und entwickelt ein Larmus zu Megalarmus. Dann hat es den Typenkombination Wasser und Psycho. Das heißt, bei jedem Wasser und bei jedem Psycho-Pokémon bekommt ihr ein zusätzliches Bonbon beim Fangen. Ihr müsst das Megapokémon nicht als Kumpel haben, sondern einfach nur entwickelt haben und acht Stunden lang könnt ihr diesen Bonus nutzen. So, das war jetzt alles zum Event. Nun noch weitere Informationen, wie es in der Pokémon-Welt so aussieht. Und zwar der nächste Pokémon-Film steht vor der Tür. Der Titel lautet Pokémon, der Film Geheimnisse des Dschungels. Dieser Film wird endlich veröffentlicht und zwar nicht im Kino, sondern auf Netflix am 8. Oktober. Darüber werde ich mich dann nochmal genau informieren, wie sich das Ganze, wie das Ganze so aussieht. Wie kann man sich den Film dann anschauen auf Netflix, wenn man kein Abo hat und vielleicht mit einer Gutscheinkarte und wie das Ganze funktioniert und wie teuer das dann eigentlich ist. Mal sehen. Werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Ich bin gespannt. In diesem Film kommt hier Shiny Celebi vor und deswegen wird es auch eine Event-Verteilung von Shiny Celebi geben für Pokémon Schwert und Schild. Ihr müsst dazu einfach nur Pokémon Trainer Club Newsletter abonnieren bis zum 25. September und ihr erhaltet dann eine E-Mail mit dem Passwort für das Spiel, das Geheimpasswort, damit ihr dieses Geschenk abholen könnt. Das gleiche gilt wohl auch nochmal für Zerude. In der Vergangenheit hat man Zerude mit einem Seriencode schon einmal erhalten und nun gibt es das jetzt wohl schon wieder. Aber dieses Mal hat das Zerude ein Halstuch. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Kostüm und keine weitere Form. Die E-Mail-Verteilung wird wahrscheinlich an einem bestimmten Tag stattfinden nach dem 25. September. Sobald ich diese erhalten habe oder weitere Informationen dazu habe, werde ich euch darüber informieren. Ein kurzes Update zum Thema Task Force. Ich hatte euch ja das eigentlich schon mal gesagt, aber das war ja in einem Video, das jetzt vielleicht nicht jeder geschaut hat. Deswegen möchte ich das hier jetzt nochmal wiederholen. In der Task Force-Nachricht stand nicht besonders viel drin, außer dass Niantic mit der Kommunikation auf jeden Fall sich weiterbilden möchte. Und deswegen gibt es dann jeden Oktober wohl einen Bericht, in dem dann gesagt wird, wie es in Pokémon Go weitergeht. Ich denke mal sowas in Richtung neue Features oder welche Fehlerbehebungen als nächstes anstehen. Weil es kann natürlich sein, dass Niantic nicht alle Fehler auf einmal beheben kann, aber dass sie eigentlich schon sehr stark an manchen Fehlern sitzen, aber einfach noch keine Lösung gefunden haben. Wäre natürlich toll, wenn sie das sowas einfach mal kommunizieren würden, aber lassen wir uns mal überraschen, was ab Oktober kommen wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Weitere Kanäle von mir findet ihr in der Videobeschreibung. Heute Abend sehen wir uns auf Twitch wieder zur Rage-Stunde mit Lugia und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Batsch! 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 Vielen Dank.